Ich bin Natalia Wörner und ich kenne und schätze die Arbeit der Kindernothilfe seit vielen Jahren sehr. Ganz besonders durch Projektreisen nach Kenia, nach Äthiopien und in Libanon. Und deshalb ist der Medienpreis Kinderrechte in der einen Welt für mich ein ganz fester Termin. Gerade und besonders in diesem schwierigen Jahr. Ich bin seit Jahren Pate bei der Kindernothilfe und es macht mir immer wieder große Freude als Laudator bei Medienpreis mitzumachen und die hervorragenden Beiträge anzukündigen, die dann hier ins Rennen geschickt werden.